Der Körper ist dafür nicht ausgerichtet, dauerhaft diesen Stress zu haben, dauerhaft sich verkrampfen zu müssen. Und da entstehen dann die Krankheiten, wenn das nicht immer wieder ausgeglichen wird. Ich habe mich immer schon gefragt, wie das geht, wie aus einer Zelle. Eine Zelle ist eine Zellteilung und dann teilen die sich nochmal und plötzlich sagt dann bei irgendeiner Teilung die eine Zelle zu der anderen, pass auf, wir müssen uns jetzt hier verabschieden, du wirst eine Lunge, ich eine Leber. Obwohl sie aus der gleichen Zelle sind, wird die eine so und die andere so. Für uns Laien ist das einfach unvorstellbar, wie dieses kommt. Und dass diese auch untereinander verbunden sind und miteinander kommunizieren, das ist ja eigentlich unfassbar. Weil man sieht ja diese ganzen Kabelstränge in dem Sinne gar nicht und trotzdem kommunizieren die miteinander. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, das können ja keine dicken Drähte da drin sein, sondern das sind ganz, ganz feine Verbindungen, die da im Körper sind. Und diese ganz feinen Verbindungen sind ja auch hochsensibel aufeinander abgestimmt. Und ich denke immer, wenn man streitet oder so richtig massive Hassgedanken hat oder so richtig aufgewühlt ist, das ist ja elektrisch gesehen ein Super-GAU im Körper. Wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen und verkrampen sie einfach nur und sagen, lass das vorbeigehen, das Gewitter. Das ist ja in der Natur auch so. Blitz und Donner und Wind und was machen die Tiere, die verkriechen sich. Und dann, wenn alles vorbei ist, dann kommen sie wieder raus aus ihren Löchern. Und so ähnlich ist das ja auch für unseren Organismus, für den Körper. Oder so ein permanentes, ganz sanftes Berieseln, wenn man dann jemanden hat in der Familie, der immer so denkt, ach, du kannst das ja eh nicht. Eigentlich bist du ja ein Trottel, bist von allen der Dümmste, aus dir wird nie was. Das muss keiner sagen. Das reicht, wenn das so ganz latent immer so ein bisschen gesendet wird. Und dann entspannt sich so eine Zelle da innen drin und dann kriegt sie so ein Empfangssignal, dann zieht sie sich wieder zusammen, aha, so ist das. Und trotzdem, diese Hochströme und dieses Gepunke da innen drin, trotzdem können wir leben und dieses ganze Überleben, solche Stresssituationen. Und dafür hat unser Organismus auch einen Schutz eingebaut. Das funktioniert. Also da gehen ja nicht gleich die Sicherungen alle durch oder die Zellen springen aus dem Körper raus und sagen, da will ich nicht mehr leben, ich gehe woanders hin, sondern das bleibt alles schön zusammen. Aber, liebe Freunde, der Körper ist dafür nicht ausgerichtet, dauerhaft so eine Berieselung zu bekommen, dauerhaft diesen Stress zu haben, dauerhaft sich verkrampfen zu müssen. Und da entstehen dann die Krankheiten, wenn das nicht immer wieder ausgeglichen wird. Und das ist so schön, liebe Freunde, dass wir gelernt haben, uns einzustellen. Wenn man dann mal zur Ruhe kommt, diesen ganzen Stress und Dauerberieselung an Negativen, dass man das mal ausblenden kann, dass man sagen kann, das nehme ich jetzt mal alles nicht mehr an, ich schotte mich davon ab, ich gehe jetzt ganz in mich hinein, bin bei mir, jetzt nehme ich die Verbindung zum Allerhöchsten auf und der liebe Gott wird mich jetzt berieseln. Der wird mir jetzt seine Kraft geben. In dem Moment, wo wir uns einstellen, losgelassen haben und uns von diesem ganzen Mist getrennt haben, dann können diese Zellen wieder aufbauen. Dann kann diese Kraft wieder in den Körper hineinfließen. Und dann ist jede einzelne Zelle wie so ein Frühstücksbeutel, der aufgepustet wird, bis er prall ist. Und dann ist jede Zelle im Körper wieder ausgerichtet, in Harmonie, in Ruhe und kann seine Funktion leben und übernehmen und auch miteinander. Und so ist richtig. Und deswegen ist dieses tägliche Einstellen, liebe Freunde, so unendlich wichtig. Und das heißt nicht irgendwo hinsetzen, fünf Minuten Musik hören, fertig und weiter geht's. Nein, sondern ganz runterkommen, ganz in die Ruhe kommen und erst da kann der Körper aufbauen. Und das ist wichtig, liebe Freunde, wenn sie nicht da sind und sich aber trotzdem einstellen, das funktioniert nicht. Da muss man sich wirklich Ruhe nehmen und runterkommen. Das sind ganz wichtige Lebensregeln, die viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass das letzten Endes alles auf den Körper sich niederschlägt. Die Menschen überhaupt nicht wissen, dass das ein Problem ist, peinlich ist. Das ist wichtig, dass das ein Problem ist, dass das ein Problem ist, dass das ein Problem ist. Untertitelung des ZDF, 2020